Liebe Leute, vielleicht haben das schon gehört, schon gesehen, ich bin nominiert für einen Swiss Music Award in ein paar Best Male Solo-Acts. Und auch nominiert ist der Göhle und der Nemo. Und wir können jetzt voten gehen. Und wenn ihr für mich votet, dann natürlich besonders Freude, obwohl ich das gar nicht sehe, aber das sieht man am 9. Februar vielleicht. Nämlich dann, wenn der Stein vergeben wird, so ein Betonklotz. Und ich hätte mega Freude, wieder mal ein bisschen Beton in den Händen zu haben. Also darum, helft doch und wollt euch, ich hätte mega Freude, wenn ihr die ganze Zentralange mitmacht, dann haben wir ihn. Mhm, vielleicht. Ja, und wenn ihr den wollt, auch okay, habt einen schönen Tag, gute Zeit und bis bald mal. Tschüss zusammen.